Ich will ein Kind von dir! Ich will ein Kind von dir! Parodes! Attacke! Jutta! Ich zeig dir diesen Montana-Beat-of-the-Street-Martin. Und wenn du siehst, du weißt, genau wie das... Wuhuuu! Schrauben weißt genau, dass du in der Welt bist. Und irgendwelche Teiler sind dabei, und das sind so weit im Abend. Sie sehen einander aus wie die Kleine, denn wenn du denkst, du bist besser als Musi, du dich anzen, dein Kopf sieht aus wie eine kleine Musi, gleich gestirrt meine Musi. Dem's hier an! Was tust du denn? Machst Witze über Anderen Du lachst Überbehinderte Wie dieser Bunny Boy Geschinderte Wie der Boy, der am Block chillt Ich bin der, der dich mit seinem Cock killt Genau wie dieser Lockdown Silver Bin ich ein extremer Chiller Wie ein Kühlschrank, wie ein Kühlschrank Also Fridge, ich bin nicht weg Du trägst de Bitch, bist de Bitch Wie der Britney Spears Jetzt komm in mich, dass du dich ziehst Du kriegst jetzt was von mir zu hören Das wird dein Dates bewusst zerstören Yo, Tom! Ich bin der, der die Kopf dreht Ich bin der, der die Kopf dreht Ich bin der, der die Schiffen Ich fresse nicht mit dem Sieg nach, ich schnippe mich an Ich bin der, der die Schiffen MCM, jetzt musst du brennen Brenn nicht der Luft, denn nur das macht froh Denn wenn du brennst, wie das WTC Dann spül dich nicht in meinem WC Ich spül dich runter, wie ein Haufen Scheiße Enthältst du deine Kappe, du bist dir leise Ich bin der, der die Scheibe im Marken Ich mach dich weiter Ich bin auch dumm Brühe, du wach Braucht man dich nicht Niemand sieht Die Dumme in dein Gesicht Ich werd mich über dich lustig machen Dann vergeht ihr doch schnell Dein dummes Lachen Ich bin, ich geb dir eine Kippetür Ich zeig dir bei der Antenne, wenn du nennen kannst Guck dich an, Puschel Keroldes Keroldes Hätt dich betrieben Musi, aus dir, auf dich reisen So, für wen wartet diesmal? Die Nachdache von MCM oder MCM? Also, für MCM? Ja Dann MCM 2 Keroldes Ich glaube, diese Runde geht an das Dupil von MCM. Herr Rodes. Und jetzt noch eine Frage, wer hat denn jetzt los gegen einen von denen? Das war eine Revanche. Bestes war ehrlich geschlagen. Es steht 1-1. Oh mein Gott! So, wir suchen jetzt aber noch einen Herausforderer für MCM oder für Doma. Oh nein. Dope, 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 Dope. Tschöne Gönsler, Dope, Dope. Herr Rodes! Na, da kommt dann noch der Kleiner.